Fotos und Videos sind überall. Facebook, Snapchat, Instagram. Die Bilder von deiner Kamera teilen, per WhatsApp versenden. Kein Problem. Alle neuen Sony-Kameras bieten die Möglichkeit, Bilder und Filme per Wi-Fi auf dein Tablet oder Smartphone zu kopieren. So funktioniert's. Du wählst im Kameramenü An Smartphone senden und bekommst jetzt die Auswahl auf diesem Gerät auswählen oder auf dem Smartphone auswählen. Wir entscheiden uns für die Auswahl auf dem Smartphone. Die Kamera öffnet das Netzwerk. Für die Verbindung musst du jetzt nur noch den QR-Code scannen oder das Passwort eingeben. Das Passwort erscheint beim Druck auf die Müllheimer-Taste. Auf deinem Smartphone oder Tablet werden die Bilder jetzt nach Datum sortiert angezeigt. Du kannst bestimmen, ob du alle Bilder von einem Datum oder auch einzelne Filme oder Bilder kopieren möchtest. Wichtig! Wenn du im JPEG-Format fotografierst, kannst du in der App noch die Qualität der Übertragung einstellen, bis hin zur vollen Auflösung. Wenn du im Rohdatenformat fotografierst, werden immer nur JPEG-Bilder des Vorschaubildes an dein Smartphone übertragen und hier stehen dir nur zwei Megapixel zur Verfügung, egal welche Einstellung du gewählt hast. Wenn du Videos übertragen möchtest, musst du darauf achten, dass in der Kamera XAVCS als Dateiformat ausgewählt ist. AVCHD-Videos können nicht übertragen werden. Aber Achtung! Das Übertragen von Videos dauert sehr, sehr lange, weil die Videos immer mit der vollen Qualität kopiert werden. Zurück zu Facebook, Snapchat, Instagram. Da kann man nicht nur seine eigenen Inhalte teilen, sondern natürlich auch unseren Kanal und unsere Videos. Danke dafür!